Die nächste Frau, die jetzt auf die Bühne kommt, ist ein großes Vorbild für mich. Ich liebe sie. Sie ist eine fantastische Künstlerin. Sie ist laut, sie ist stark, sie ist ehrlich, sie ist auch noch witzig dabei. Ich hatte die große Ehre, dass ich mit ihr auf der Bühne stehen durfte, dass sie Teil meiner Show war. Sie ist Comedian. Wir kennen sie alle, wir lieben sie alle. Wallah, sie hat nichts gemacht. Isel Baider, a.k.a. Die Leckreiche. Was geht ab, ja? Maschallacht. Dass ihr alle gekommen seid, ich schwöre, ihr seid mein Mutterkuchen. Wallah, ja. Wallah, diese Stadt ist phänomenal. Guck mal, ich weiß gar nicht, wann das endet, ja? Wallah, ich grüße euch alle, ob ihr hier seid, ob ihr da seid. Gott sei Dank, ihr seid gekommen. Einmal schon noch auf euch Berlin. Und ich komme heute mit einer wichtigen Message. Ich komme direkt vom Zentralrat der Kanacken. Und die wollen, dass ihr wisst, wir sind unteilbar. Wir sind unteilbar. So ist das. Ja. Ja, du weißt, du weißt, wir haben eine gute Beziehung zueinander, weißt du, wir strengen uns den ganzen Tag. Aber irgendwann lieben wir uns auch wieder. Stimmt oder stimmt nicht, Schwester? Was ist das? Ich meine, guck mal, Maschallacht, so ein hübscher Blond, ja. Maschallacht. Ganz ehrlich, ja. Es ist so, wir müssen zusammenhalten, gerade in diesen Zeiten. Ich schwöre auf alles. Es ist, was jetzt abgeht, ist eine andere Nummer. Und ich weiß, ihr denkt das auch, sonst werdet ihr nicht hier. Und deshalb sind wir hier, um diese Kraft weiterzugeben. Weil das, was jetzt kommt, dafür brauchen wir alle unser Hirn und unser Herz. Beides zusammen. Beides zusammen. Boah, so viele Aggressionen auf der Straße stimmt. Stimmt, stimmt so viele Aggressionen, was man weiß gar nicht mehr, wohin damit. Aber, Wallah, ich will euch heute was erzählen, weil, ähm, ich will euch sagen, wir müssen irgendwie mit dieser Aggression klarkommen. Und weißt du, was wir immer machen, ist, wir sagen, nein, ich will das nicht. Aber, Wallah, mir ist aufgefallen, je mehr du nein sagst, desto größer wird das, was du nicht willst. Verstehst du, was ich meine? Wallah, ja. AfD nonstop, ich schwöre. Manchmal wache ich auf, ich denke, ich bin selber gaulat. Ich schwöre. Wallah, ja. Und deshalb, ich will euch heute was erzählen aus meiner Familie, weil bei Unteilbar geht es darum, auch uns zu teilen miteinander. Verstehst du, was ich meine? Und die Sache ist so, guck mal, ich will dir sagen, du zum Beispiel, weißt du, wie eine Muschel eine Perle macht? Soll ich dir erzählen, Wallah, ist Perlis wie bei mir zu Hause? Gleiches Konzept. Guck mal, eine Muschel, die wird geboren, aber sie hat schlechte Laune. Von Geburt an. Deshalb auch mies, Muschel. Verstehst du, was ich meine? Mieseste Laune. Lecker, lecker. Ja, aber weißt du. Und was macht sie, um diese Aggression abzubauen? Sie produziert eine Perle. Die Perle ist scheißegal. Es geht nur darum, die aggroßlos zu werden. Weißt du, was ich meine? Ich schwöre, und bei uns zu Hause ist genau das Gleiche. Meine Mutter schreit meinem Vater den ganzen Tag an. Du Opfer. Du Lauf. Du kriegst nichts auf die Reihe. Aber ey Berlin, was haben die produziert? Eine Perle, Dicke. Oh, naja. Weißt du, irgendwann ist der Punkt gekommen, du kennst doch diese Kinder, denen du hundertmal sagst, nein, nein, nein. Und irgendwann sagst du ihm, richtig nein. So richtig, wenn du dich nicht hinsetzt, ich breche deine Arme, deine Beine, deinen Kiefer, alles. Und er sitzt. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir endlich auch mal sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ihr wollt überwerte reden da draußen, es ist so. Bis hierhin und noch nicht weiter. Bis hier war Spaß und jetzt ist vorbei. Jetzt wird gehandelt. Und diese ganze AfD-Scheiße wird aus dem Land gejagt. So sieht aus. So sieht aus. Berlin, lass uns rausgehen, lass uns miteinander einen Weg finden, wie wir aus diesen ganzen Aggressionen eine Perle machen können. Wie wir aus diesen ganzen schlechten Situationen, diese verrückten Politikers, wie wir was Gutes machen können. Olla, es ist doch diese Goethe bei euch, oder Goethe, Goethe. Er hat geschrieben mit Faust, so Dings, weißt du, so Roadmovie oder so, okay, ja, nicht. Und was hat diese Faust gesagt? Diese Mephisto, er hat gesagt, ich bin der, der Schlechtes macht, aber Gutes schafft. Stimmt oder stimmt nicht? Olla, Deutschland, das sind unsere Werte. Dankeschön, G-Leck in Deutsch. Wir sind Ortsteimer. Wir sind Ortsteimer. Applaus für G-Leck in Hölle. Oh, ich liebe euch jetzt. Ich schaff das noch mal. Ich liebe euch, ja. So, wir wurden gebeten, dass wir ein schönes Bein machen. Nimm doch mal bitte alle eure Handys raus. Alle Handys raus. Alle Handys raus. Ein Lied. Die Revolutionäre. Wir sollen unsere Veräburghポvivieren.